Iris Klein sorgt für größten Fremdschirm-Moment bei Promip 2023 Ausrufezeichen. Nach neun Monaten Funkstille sorgt Iris Klein nun mit dieser heftigen Aussage für Schnappatmung. Der Promipigbrader unterbricht die Funkstille der letzten neun Monate von Promipirchen Iris, 56, und Peter Klein, 56. Iris und Peter Klein, die gemeinsame Aussprache eskaliert. Im letzten Dschungelcamp soll Peter angeblich eine Affäre mit Yvonne Wölke, 42, begonnen haben. Eine Beziehung haben die beiden allerdings bestritten. Die Beziehung zwischen Iris und Peter ging trotzdem in die Brüche, denn das Bar ging bald darauf getrennte Wege. Jetzt stecken beiden im Promipontainer fest und warten darauf, dass es knallt. Nachdem sie zunächst separat voneinander Fragen zu der Beziehung beantwortet haben, soll danach die große Aussprache stattfinden. Von einer Versöhnung ist allerdings keine Spurpunkt als die beiden sich dann zu Tisch gegenüber gesetzt werden, herrscht wieder Stille. Iris kämpft mit den Tränen, während Peter misstrauisch wird. Die Chance einer Aussprache hätte sich in seinen Augen auch früher angeboten. Iris Klein, ich wollte nicht mehr leben. Als Iris von den Affäregerüchten erzählt, widerspricht er, das ist eine Lüge. Diese Lüge hast du ins Internet gesetzt. Ihr öffentlicher Vorwurf des Fremdgehens habe ihn verletzt. Punkt nach einem Hin und Her über die Gerüchte der angeblichen Affäre hat Iris genug. Schließlich haut sie raus. Wo war ich am 2. Februar? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten. Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört. Peter entgegnet. Er könne nichts dafür. Schließlich habe sie die Ehe selbst beendet. Ziemlich überraschend kommt diese Offenbarung wohl auch für ihn. Punkt einig werden die beiden sich in diesem Gespräch nicht. Iris hält an der Affäre ihres Mannes fest, während er alles abstreitet. Dafür liegen ja noch einige Abende im Promi-Container vor ihnen. Promi Big Brother, Ernährung bei Peter und Iris Klein? Wer hätte das gedacht? Nachdem das erste Aufeinandertreffen von Peter und Iris Klein, beide 56, im Promi Big Brother-Container zunächst überraschend und spektakulär abgelaufen ist, kam es kürzlich zum Showdown im sogenannten Kleinkrieg. Dafür wurden die beiden Streitähne am fünften Tag der Sendung vom großen Bruder zu einer Aussprache gezwungen. Punkt während Peter dabei sachlich argumentierte und seine Noch-Ehrfrau wiederholt darum bat, keine Lügen mehr über ihn zu verbreiten, kämpfte sie zwischenzeitlich mit den Tränen. Letztendlich gingen die beiden ohne eine Versöhnung auseinander. Doch beim Geburtstag von Jürgen Milski, 60, dann die Wendung, das Ex-Paar tanzte gut gelaunt mit den anderen Bewohnern im Hof. Zuvor waren sich die beiden stets so gut es ging aus dem Weg gegangen. Doch in den Livestream-Aufnahmen trennten sie auf der Tanzfläche nun noch wenige Meter. Ist das etwa der Anfang einer Versöhnung?